Hallo Leute, willkommen zurück im Sandtempel. Oh, hab ich lange nicht mehr Zelda gespielt. So, dann schauen wir doch gleich mal, wie wir hier weiterkommen. Waaah! Steuerung wieder lernen. Au! Gut, gegen Wände stoßen, das hab ich voll drauf. Das kann ich sogar nach einigen Wochen wieder. Waaah! Waaah! Komm, raus, raus, raus hier hin. Ah, die Gegner sind echt eklig. Na, kommt schon. Toll. Jetzt will keiner mehr. Das erwische ich den wahrscheinlich nicht. Nein. Okay, dann... Ja, wollen wir erstmal rüber. Erstmal will ich hier die Gegner raus haben. Komm, ey! Au! So, geht's aber. Primer. Gut, und... Nummer zwei. Kommen wir wieder zurück. Aha. So. Dann hier hoch, den ersten Raum. Hatten wir ja eigentlich schon. Es kann nicht sein, dass ich schon wieder da reingesprungen bin. Ach ja, Steuerungsprobleme, toll. Fängt ja gut an. Dabei mag ich den Sandtempel eigentlich sehr. Nur der Anfang ist ein bisschen blöd. Na, 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 na. Komm. Komm. Daneben. So. Getroffen. Super. Äh. Äh. Oh. Das war schon fast wieder knapp. So. Hier hoch. Warum ist hier auch... Aha. Alles am einbrechen. Nochmal so ein Gegner. So. Jetzt erstmal hier nach drüben. Oh, Link. Los. Nein. Boah. Puh. Ist noch einer. Nein. Hier bleiben oben. Komm schon. Bis viel. Ah, die sind echt widerlich. Boah. Ich hoffe, dass wir nicht die Gegner irgendwie als Halbendgegner oder Boss oder sowas in groß haben. Ah. Ich stoße überall gegen. So. Oh. Skelette. Skelette. Ich habe ein Master-Schwert. Und ich weiß auch ein bisschen, wie man es einsetzen muss. So. Jetzt aber. Schnell. Zurück. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Okay. Das habe ich irgendwie falsch gemacht. Hm. Mal überlegen. Eventuell könnte der Greifhaken was nutzen. Das wäre eine Möglichkeit. Weil. Ich kam jetzt gerade nicht so wirklich wieder zurück. Ich meine, das hat man sicher nicht gesehen. Ah. So. Gut. Hier wieder runter. Die Kamera ändern, damit man hier auch rüberkommt. Wieder hoch. Sprung. Sprung. Wenigstens bleiben die Gegner weg. So. Jetzt hier einfach rüber. Geht natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Hm. Vor allen Dingen, warum kann ich da untergehen? Na gut. Ah, ich habe eine Idee. Ich benutze... ...Eisenstiefel in Kombination mit dem Greifhaken. Das sieht gut aus. Nein. Okay, vielleicht hätte ich die Eisenstiefel gar nicht gebraucht. Ah, nein. Hätte ich nicht gebraucht. Gut. So. Und? Auf Zeit? Nein. Gut. Prima. So, der erste Raum. Wie meistert denn? Kann der Rest ja nicht mehr so schwer sein. Eine Ordnung. Mit Öl. Cool. Und wir haben noch eine leere Flasche. Die Lampe ist ja voll, aber die Flasche können wir noch schnell voll machen. So. Das heißt, wir brauchen jetzt ein bisschen Feuer. Das hier kann man, glaube ich, noch ein Schwert kaputt machen. Genau. Ah, Sandgräber. Das erinnert mich irgendwie an Tombider zum Beispiel. Hm. So, das läuft hier nicht voll. So, da haben wir unseren Schlüssel. Und? Passiert was? Äh. Das Garabäen. Oder zu Deutsch Mistkäfer. Na, die machen bestimmt auch einigen Schaden. Wer den Film Pharao geguckt hat. Ach, nicht Pharao. Oder? Äh, die Mumie. Ist ja fast das gleiche. Die Mumie geguckt hat. Der, ja, der kennt Skarabäen. Und Skelettkrieger kennt er auch. Ah. Ganz schön viele hier. Okay, die treten da so in Massen auf. Nur mal so ein kleines Kröckchen. Eigentlich ganz lustig. Warum sind die so klein? Ich meine, was sind das früher mal für Kreaturen gewesen? So. So. Als erstes an. Na. Na, ich will da hoch. Puh. Das zweite auch. Super. Ey. Nicht angreifen. Lasst mich in Frieden. Ich hab euch nichts getan. Ich hab euch nicht getötet. So. Auf damit. So. Das war klar, dass der Raum wichtig ist. So sah auch aus. Oh, vier Fackeln. Äh, vier Laternen. Vier Geister, würde ich sagen. Nein, mein Feuer. Ja. Gemeinheit. Und die Tür geht zu, oder? Ja. Okay. Das heißt, wir bekommen es jetzt mit vier Geistern zu tun. Ähm. Geist. Dann würde ich doch mal sagen, sind wir als Wolf besser dran. Ha. Äh. Äh. Ach, du Heilige. Boah. Äh. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ah, gut. Angreifen. 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 Und nochmal. Komm. Einmal noch. Komm. Der hat auch nichts aus. Stimmt. Hoffen wir es. Und Fangstoß. Super. Hey, wir kriegen auch Geisterseelen dadurch. Das ist ja geil. 20 braucht man ja, glaube ich. Cool. Ja, ist ein bisschen Ghostbusters-like. So. Das erste Feuer haben wir, aber die anderen werden sicherlich nicht so einfach sein. So. Oh. Oh. Schnüffeln. Wir haben einen Geruch. Geruch von... Ich habe vergessen. Neu Geruch. Ach so, ja. Geruch der Geister gewittert. Geister riechen? Oh. Äh. Hier in der Luft. Moment. Hier. Oh. Interessant. Der Geist muss erst die Tür aufmachen. Das ist mir was... Das ist mir aber neu. Oh. Treppen. Ja. So schön. So stelle ich mir die Rätsel in Zetter vor. Gegner besiegen und dann... Riechen. Oh, danke. Danke, Mieter. Und es haben sich einige beschwert, wie ich Namen ausspreche. Und, äh... Dazu muss ich sagen... Tut mir leid, Leute. Ich spreche die Namen so aus, wie ich das möchte. Und wenn ich sie Franzi nennen würde oder... Äh... Gertrude. Das ist mein gutes Recht. So. Das wäre bestimmt auch ein cooles LP. Die Namen so... Verzerren wie möglich. Ich hoffe, wir können in Wolfsgestalt bleiben. Oh. Hallo. Wer bist du? Bist du nett? Hm. Ich beiß dir zur Vorsicht meinen Hals. Rein zur Vorsicht, natürlich. Hm? Oh. Oh, ein roter Rubin. Cool. Und eine kleine Truhe. Schlüssel? Ein Schlüssel. Schön. Äh, dann gucken wir mal. Toll. Der Geruch geht nach oben. Das ist ja eine tolle Idee. Ähm. Okay. Versuchen wir es mal mit weiterschieben. Das scheint nicht zu gehen. Dann muss ich also zurückschieben. Damit unsere Tür wieder aufgeht. So. Okay. Hier nach oben werde ich wahrscheinlich nicht können. Da ich kein Geist bin. Also gucken wir mal. Wir haben einen Schlüssel und... Vielleicht noch andere Spuren. Beziehungsweise haben wir auf jeden Fall noch ein paar Türen. Die werden wir nicht ausprobiert haben. Moment. Was war denn da oben? Ach, nur was zum Festhalten. Gut. 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 Gut.